Herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Pavel Pipovic und bei mir zu Gast meine alte Kollege Bronko Kulitschka. Bronko, grüß dich. Pavel, grüß dich auch. Bronko, du hast dir vor einigen Tagen einen sogenannten Sifilitsch-Erreger eingefangen. Das ist nicht ganz richtig. Der Sifilitsch-Erreger, der ist mir so zugelaufen. Das ist interessant. Bronko, verrate mir, hat dein Sifilitsch-Erreger zufällig einen Namen? Sifilitsch Kulitschka. Klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so. Bronko, kann man deinen Sifilitsch-Erreger irgendwo bewundern? Selbstverständlich. Ich habe ihn mitgebracht. Bronko, mit Verlaub, aber dein Sifilitsch-Erreger, der scheint mir dann doch ein bisschen durchsichtig. Na ja, er ist jung und noch engstlich und außerdem ist er eher so nachtaktivistisch veranlagt. Bronko, was hat dein Sifilitsch-Erreger für Talente? Er kann lateinamerikanische Standardtänze. Bronko, was muss man bei der artgerechten Käfig-Haltung von einem Sifilitsch-Erreger beachten? Na ja, man darf ihm auf keinen Fall ein Penicillin geben. Warum nicht? Dann kotzt er dir die Bude voll. Danke, Bronko. Bitte, Pavel. Servus Publikum. Servus Publikum.